Heute sind wir hier im Stadionbad in Köln. Da ist das zweite Rundeschwimmen. Wir haben mal versucht mit der Sally ins Wasser zu gehen, aber anscheinend ist ja das Wasser doch wohl ein bisschen zu sauber. Im Rhein, da geht sie schwimmen. Hier im Stadionbad mal nicht für Kuchen, vor allen Dingen auch nicht für ein schönes Bällchen. Trotzdem zeigen wir euch hier ein paar tolle Aufnahmen vom Stadionbad und vom zweiten Rundeschwimmen. Also auf geht's. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020